So, ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zur Wochenplanung. Ja, schon verstanden spät, ihr habt recht, wir haben schon längst Montag und ich mache jetzt erst die Wochenplanung. Lag einfach daran, äh, ja, bin momentan leicht krank oder ich bin einfach krank momentan, deshalb habe ich einfach momentan, ja, nicht so die, äh, Lust, mich vom Rechner zu setzen und Videos zu machen. Entschuldige ich das. Ähm, ja, und lag auch gestern daran, ich habe gestern, äh, ich gebe es zu, ich habe mich gestern sehr hart ablenken lassen. Ich habe, äh, gestern wirklich den ganzen Tag lang habe ich die Serie Attack on Titan, habe ich mir angeschaut, von 1 bis 25, ich habe mir die konnte sehr angeschaut und die hat mich echt gefesselt. Deshalb muss ich leider zugeben, war ich schon etwas abgelenkt. Naja, ist auch egal, also deswegen kam gestern die Wochenplanung nicht. Ich, äh, ich habe das ein bisschen verschlust, sage ich mal, ne. Jedenfalls, ja, die Wochenplanung, ähm, steht auf jeden Fall endlich. Ich habe sie endlich gemacht vorhin und, äh, mir ist leider ein Trend aufgefallen, Leute, darüber möchte ich auch ganz kurz noch vorher mit euch reden oder soll ich jetzt lieber in einem Vlog machen? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Vlog wäre es besser, oder? Wobei es ist, es beinhaltet ja das Thema Wochenplanung. Deshalb, vielleicht wäre es wichtig, wenn ich das doch hier noch anspreche, bevor ich die Wochenplanung mache, weil dann, dann habt ihr auch, äh, ja, ne. Und zwar geht es darum, äh, ich habe, ich habe mal damit angefangen, ich habe mal, äh, von einem, habe ich einen Kommentar gekriegt, hier kannst du bitte die und die Klasse spielen. Ich habe an dem Tag Geburtstag. Da dachte ich mir so, hey, cool, kannst du, kannst du demjenigen seinen Wunsch erfüllen und, äh, kannst da an dem Tag, kannst du sein, äh, die Klasse spielen, die er gerne haben möchte, ne. So, als, quasi als Geburtstagsgeschenk. Fand ich, fand ich ganz toll auf jeden Fall. Ja, und, Problem meiner ganzen Geschichte war, äh, ich habe mir nicht überlegt, was das bedeuten kann, bedeuten sollte, wenn ich noch mehr Abonnenten kriege und das des Öfteren mache. Weil, ist es natürlich klar, ähm, ich habe auch einen Kommentar, einen sehr passenden Kommentar dazu gelesen. Ich weiß nicht, von wem es war. Danke an der Stelle für diesen Kommentar. Ich fand ihn wirklich sehr passend. Ähm, und zwar, derjenige hat geschrieben, äh, überlegt mal, Leute, bei so vielen Abos, die ich mittlerweile habe, da ist es klar, dass irgendwie in der Woche wahrscheinlich mal einer Geburtstag hat. Das heißt, ich müsste irgendwann, je nachdem, wie viele Abos ich irgendwann mal habe, müsste ich ja quasi jeden Tag irgendeinen Geburtstagswunsch erfüllen. Und das wäre ja, das wäre irgendwo ziemlich dämlich. Oder das, was heißt das sehr dämlich? Dämlich ist das falsche Wort. Das wäre irgendwo, ja, wäre es blöd, sage ich mal, weißt du, weil dann müsste ich ja quasi immer nur Geburtstagswünsche erfüllen. So, deshalb, deshalb, äh, wollte ich euch jetzt hier an dieser Stelle sagen, wirklich, bevor ich den Wochenplanung mache, die wird bestimmt richtig lang dieses Mal. Ähm, ich werde das nicht mitmachen, mit den Geburtstagswünschen erfüllen. Tut mir zwar leid an die Leute, die jetzt wieder geschrieben haben, sie hätten Geburtstage. Ich sage, ich habe es bis jetzt aber nur noch zweimal gemacht und das ist jetzt quasi gegessen. Ich mache das nicht mehr, weil, wie gesagt, ich möchte, ich möchte niemanden enttäuschen, weil, wie gesagt, wenn, was ist mal, wenn zwei Leute von euch Geburtstag haben, ihr habt euch beide was gewünscht. Ich kann ja nicht beides machen. Es geht ja nicht. Wenn zum Beispiel sich der eine sagt, äh, ich wünsche mir hier den, äh, 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 keine Ahnung, den Mechaniker. Und dann schreibt der Nächste, ich möchte, äh, gern dann den Hotwatch-Napper sehen. Ja, dann muss ich quasi an den zwei Tagen muss ich ja dasselbe, dasselbe, also muss ich ja beides quasi spielen. Ich muss, äh, Pflanze und Zombie-Murz machen. Und das finde ich ein bisschen blöde. Zumal, äh, ich weiß halt auch nie, ob das auch stimmt, was ihr sagt. Ich glaube, wie gesagt, auch nicht, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich glaube zwar nicht, dass ihr mich verarscht in der Hinsicht. Trotz alledem, ich weiß halt auch nie, ob es stimmt, dass, ob das jetzt jemand gerade nur ausnutzt, dass er sagt, uh, ich habe an dem Tag Geburtstag, haa. Dann erfüllt er meinen Wunsch und so. Also, will ich, will ich keinem unterstellen, würde ich auch nicht machen. Ich will es nur erwähnen, dass ihr wisst, wie ich es meine, wahrscheinlich. Das weiß ich halt auch nie. Deshalb, ich möchte das gerne, wirklich jetzt, an dieser Stelle möchte ich das gerne sein lassen, Geburtstagswünsche zu erfüllen. Trotz alledem wünsche ich euch an diesen Tagen aber auch trotzdem einen, äh, einen Glückwunsch. Ich werde mir die Tage aufschreiben. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt wieder zwei Wünsche, glaube ich, bekommen, die mit einem Geburtstag gekoppelt waren. Ich werde mir aber an dem Tag, werde ich euch einen Kommentar schreiben und euch alles Gute zum Geburtstag, trotz alledem wünschen, als kleine Entschädigung. Nur versteht mich da irgendwo, dass ich das nicht immer machen kann einfach mehr. Weil, wirklich, überlegt euch einfach, wenn ich jetzt mehr Abonnenten kriege und die Leute sehen das, dass ich Geburtstagswünsche erfülle, kommt ja irgendwann nur noch Wünsche für ihre Geburtstage raus. Und dann, dann muss ich ja quasi das spielen, was derjenige sich wünscht. Ich muss es einfach spielen. Das ist so, ich sprich, ich habe einfach nicht mehr die Wahl auch. Das ist auch ein bisschen blöde gemacht. Deshalb, ich hoffe, ihr könnt das verstehen so ein bisschen. Es ändert sich ja nicht wirklich viel. Nur, dass ich das mit den Geburtstagen halt nicht mehr mache. Ihr könnt trotzdem natürlich weiter gerne noch in Kommentare unter die Videos schreiben, was ihr euch wünscht. Ich werde mir natürlich dann den, äh, Wunsch quasi rausfischen, der gerade am besten einfach passt für die Woche. So, und, ähm, ja, nach diesem heiklen kleinen Thema, was jetzt mittlerweile schon fast 5 Minuten des Videos eingenommen hat, kommen wir mal langsam zur Wochenplanung. Wir machen das heute auch mal was schneller jetzt, weil das hat jetzt schon so lange gedauert. Ich will die Wochenplanung auch nicht ewig lange machen. Ich muss das Ding hier auch noch schneiden für euch heute. So, wir kommen dazu. Und zwar, klar, wir haben Montag, die Klasse ist schon draußen. Ich brauche nichts mehr zu servieren, was heute kommt. Heute kam der Geklemmener. So, dann kommt, äh, morgen kommt die Feuerblume mal wieder. Dann am Mittwoch. Boah, wir machen das jetzt wirklich ganz schnell. Äh, am Mittwoch wird der Wrestling-Star kommen. Der Kommentar kam sogar mit einem Like dabei. Also, das ist immer toll, wenn ihr liked. Das finde ich immer super. Das heißt, ähm, wenn, daran sehe ich auch schneller und leichter, wenn sich mehrere Leute das wünschte. Also, Leute, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr möchtet, lasst gerne Likes da für Kommentare, die denselben Wunsch hattet wie ihr. Natürlich ist es blöd in der Hinsicht, wenn ihr dann, sage ich jetzt mal, äh, denjenigen liked, dann wird eurer Name nicht erwähnt. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd für euch, denke ich, weil ihr wollt natürlich gerne, dass ich auch Namen vorlese. Da habe ich aber einen kleinen Tipp für euch. Liked doch den Kommentar und schreibt trotzdem noch drunter. Wäre ich auch dafür. Dann werdet ihr trotzdem noch erwähnt. Und das ist auch eine gute Idee, würde ich sagen. Das heißt, ähm, wenn ihr an einem Tag die selbe Idee hattet wie jemand anderes, dann lasst doch den Like da und ihr könnt den Kommentar noch hinterlassen. Dann wird das, ich schreibe das sowieso später so zusammen, dass man dann beides lesen kann. Ähm, so, genug geredet. Mittwoch habe ich jetzt auch vorgerissen, Restings da, ne, genau. Äh, am Donnerstag kommt einmal wieder die Eis-Erbse. Die wurde sich immer wieder gewünscht, auch mit einem Like dazu. Und, äh, ja, da werde ich mal gucken, ob ich mit der Eis-Erbse wieder reißen werde. Äh, die spiele ich ja wirklich sehr gerne. Es ist Standardsatz geworden in der Wochenplanung, spiele ich ja ganz gerne. Hm, ne, aber egal. Eis-Erbse und so ist ja ziemlich geil. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, und dann kommen wir schon, kommen wir schon zum Besonderen. Die Woche. Fängt jetzt schon an, schon am Freitag. Weiter kommt die erste Kombination, weil ich habe wieder zwei Kombinationen gekriegt. Die fand ich, Ex-Ex-Ex-Lance fand ich die. Ähm, deshalb, äh, warte, jetzt habe ich aber hier gerade was vergeigt. Oder kann das sein? Ich habe mich doch da irgendwie verquatscht gerade, ne? Hm, keine Ahnung. Äh, dann pass auf, wir schieben das live in der, ähm, Wochenplanung einfach so herum. Ich habe da was vergeigt gerade, sehe ich gerade. Ist nicht schlimm. Jedenfalls, am Freitag kommt die erste Kombination. Und, äh, das wird sein, wenn ich das hier rausgelesen habe, der Kommentar war etwas, etwas größer. Und darunter war noch zwei, äh, ja, wie kann man sagen, zwei Kommentare, die etwas, wo etwas umgeschrieben wurde. Jedenfalls, ich habe rausgehört. Ihr möchtet gerne oder jemand möchte gerne oder hat mir die Idee gegeben. Fand ich sehr gut. Ich soll bitte den Archäologen spielen. Einen plus den, wo war das jetzt nochmal? Ich glaube, den Pan-O-O-Logen, glaube ich. Ja, ich glaube, den Pan-O-O-Logen. Das ist eine sehr coole Idee, weil er hat die Idee, hat er Vergangenheit genannt. Fand ich jetzt sehr gut eigentlich. Zumal ich auch wieder zwei Wünsche gekriegt hatte nochmal für den Archäologen. Deshalb dachte ich mir, komm, okay, den spielt es auf jeden Fall nochmal. Den hatte ich ja vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, wenn ich mich da nicht ganz irre. Und, ähm, ja, dann kann ich den in Kombination noch einmal spielen, weil ich glaube, der war sogar damals in Kombination, wenn ich mich nicht ganz irre. Vielleicht sogar, ich weiß nicht mehr, mit wem ich den... Ne, stimmt, den hatte ich, stimmt, jetzt hört es mir gerade an, den hatte ich in Einzelfolge gehabt. Der ist doch cool, der kommt jetzt in der Kombinationsfolge, ist doch auch in Ordnung. Gut, dann kommen wir zum Samstag. Äh, dafür habe ich aber noch keine Idee, äh, wie ich das nennen werde. Ähm, weil, äh, ja, hier steht halt drin, oder nee, Quatsch, jetzt fällt es mir gerade live ein. Stimmt, nicht doof, ich habe das völlig falsch gemacht hier gerade. Da muss ich den Kommentar noch raussuchen dafür. Jetzt fällt es mir nämlich gerade, ist es mir eingefahren, nämlich am Samstag, komm, Sekunde, erstmal der Erbsenagent. Mit der Standard-Erbse. Die Idee war, glaube ich, er hat das Ganze, glaube ich, genannt, ist mir egal oder sowas in der Richtung. Oder juckt mich nicht oder sowas in der Richtung. Fand ich ganz cool, weil auch jede Menge Wünsche auch kamen, wiederum für den Erbsenagenten. Deshalb habe ich den, habe ich ja halt wieder mal reingenommen. Weil, ähm, das sind insgesamt, glaube ich, wieder vier Wünsche oder so gewesen. Das fand ich jetzt nicht schlecht. So, das zum Samstag. Dann zum Sonntag. Sonntag ist mal was, was Besonderes mal wieder. Äh, ich habe mir da was überlegt. Was heißt, ich habe mir, ihr habt es euch überlegt. Ich habe es mir nur ausgedacht, wie ich das wahrscheinlich machen werde. Und ich werde es wahrscheinlich genauso machen, wie derjenige es hier geschrieben hat. Fand ich wirklich sehr cool irgendwie. Eine coole Idee. So eine Art Random-Challenge. Oder was, so ein bisschen random wird es wahrscheinlich sein einfach. Und zwar hat es geschrieben, wenn ich einen Zombie oder eine Pflanze spiele, kann ich ja, wenn ich sterbe, kann ich ja die Klasse wechseln. Die Augen zu machen und einfach drücken, bis ich dann halt, bis ich dann halt denke, okay, jetzt den spielst du einfach. Ich weiß natürlich im Kopf nicht auswendig, was, wann kommt. Aber, ähm, trotzdem werde ich einfach mal fünf, sechs, siebenmal drücken einfach, bis ich eine Klasse habe, die, äh, ja, mir, die ich dann, äh, auf die ich dann quasi gekommen bin. Deshalb finde ich das eine ganz coole Idee. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das nennen werde. Ähm, Blind Day oder sowas vielleicht, ist vielleicht ganz cool, weil ich mache ja wirklich, das ist blind, blinde Auswahl an Klassen. Das ist vielleicht mal ganz cool. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, ich glaube Blind Day trifft es ganz gut. Ich glaube, ich würde es den Blind Day nennen. Ja, ist ja für den Sonntag eine ganz coole Idee eigentlich. Wurde sogar noch mit, äh, einem Kommentar versehen, der das auch nicht schlecht fand. Ich sehe gerade, der Kommentar ist sogar schon was älter. Der ist schon so über sechs, sechs Tage alt. Das ist, äh, ja, natürlich dann auch. Klar, nehme ich natürlich auch sehr gerne. Ja, jedenfalls, das war die Wochenplanung. Jetzt haben wir wirklich lange gequatscht. Ich hoffe, auf jeden Fall, sie gefällt euch. Und, ähm, ja, würde mich dann freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Was ihr noch so sehen wollt, nächste Woche. Und, ja, macht's gut. Viel Spaß noch. Und bis denn dann. Schau, Leute. Bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.